Herzlich willkommen zurück zu unserer Erkundungstour Penis Bei unserem Seil Ne äh Ja hallo und ähm Ja letzte Folge waren wir jetzt da unten In dem riesen Loch Warte vielleicht sieht man das noch Ja so ein bissl so da hinten gehts runter Und da waren wir jetzt ein bissl enttäuscht Weil da nix war auch ein riesen See Aber wir haben keinen Eingang gefunden Und jetzt gehen wir einfach mal Anderes Seil wieder hoch Wo wir da immer Irgendwann gesagt haben ne jetzt gehen wir nicht weiter hoch Wir wissen ja auch gar nicht ob wir das aufführen können Jetzt eigentlich ne probieren wir jetzt mal und dann Weil da war ja so Können wir ja nicht einfach weiter gehen Genau weil da war ja so ne Wand Und Sieht aber schon so aus als Kann das wegsprechen Probierst es du Warte L drücken Warte bevor du's machst warte weil das hört sich so an Weil ich mag mal Energy Ding nehmen Äh sorry Geht Geht los Ja man konntest wechseln Alter jetzt hat das echt mal los Ah das piepst sogar in den Ohren Ja da sind irgendwelche eklichen Babys wieder Oh und da kommt schon einer Ich hör doch mal die Babys Ich muss das Feuerzeug nochmal anmachen Hehehe Explosions Ha vielleicht kann man hier Naja nix mehr schade Vielleicht hat es da noch irgendwelche Lebt immer noch eins Weiß ich nicht Stirb Ist das nochmal zum Ne ist es nicht nochmal zum aufsprengen Stick Bowes Stick 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 Nix 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 Schade dass man diese Lampen nicht mitnehmen kann Irgendwie mit Hühnlamm Ja die werden so hammer Die werden so geil Oh was findet man da alles Close 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 Ah da kannst du dich wieder anschauen Das ist das Leiblings Still missing Okay A fun drink for a fun time A fun time A fun time Nichts drin Wow Nichts drin Nichts drin Oh wir müssen soda drin Ne ja Soda Und soda Haben wir geil Sodas Ich drück mal die soda Das nummer zwei so dass und Zwei so dass du Nichts drin Das kann ich nicht wieder nicht nehmen Da war ich noch paar monatops Stimmt eigentlich Natürlich wieder machen Obwohl ich habe fünf monatops Du hast du 3,2,3,4,5,6 Habe ich jetzt Na gut als immer kann mehr machen Ich kann auch noch eine Bombe bauen Dann habe ich ein Motherboard Ja okay aber ein Motherboard will ich mal behalten Das ist kein Motherboard sondern nur eine Circuitboard Ja legt mich Ich nehme das Motherboard Weil ich cool bin Ich darf das Oh ich habe einen Grafikfehler Oh Heieiei Komm hier nicht mehr raus Das ist ein Grafikfehler Einen fetten Was Ich kann auf die Oberfläche schauen Hm okay Aber pervers wenn ich hier geradeaus schaue Sehe ich hier richtig die Oberfläche Paar Bäume noch Ich sehe auch nichts Ja tja ich schon Gut äh da gehts mit dem See weiter Ging es nicht dahinter Es ist jetzt so dunkel hier Alter das ging ganz schön tief runter hier Habe ich jetzt nicht erwartet Ich weiß auch nicht wie ein großer Scheiß Röhler ist weil ich hier kaum was sehe Und der Grafikfehler der irritiert mich mega man Ich habe ja keinen Das sieht so aus es wird so unendlich weit dahinter gehen Jetzt ist er weg Wenn ich nach vorne gehe ist er weg Ich versuche mal irgendwie hochzukommen Ich weiß nicht ne Ah da gehts glaub ich Hä Nein ich brauche echt ne Fackel glaub ich Wie mach ich das mitnehmen Wieso geht das nicht Hier ist glaub ich auch Ende Ich sehe jetzt auch keinen Weiter kommen ehrlich gesagt Du hattest noch mal ein Feuer Du hattest noch mal ein Feuer Du hattest noch mal ein Feuer Okay das war's Achso Achso Wo bin ich denn Ich hab keine Orientierung Weil es alles so dunkel ist ja Do many do many Upgrade Stick Fackel war doch ein Stick Und ein Close oder? Ja Das geht aber nicht Das geht bei mir wirklich nicht Burning Upgrade Stick Achso Bin ich denn hier Das schon Equipment Äh Wie hergekommen? Wo bin ich? Ja Glaub Hier waren wir noch nicht Das wird hier mal ein bisschen rum Ah ich hab ein Seil gefunden nach oben Schön und ich hab hier einfach ein Gang gefunden Noch Wo bist du denn? Komm Komm mal her Oh Gott Ja Moment Oder kommen sie von hier? Ich weiß es gar nicht Es ist dumm nicht hier Ja ich hab hier auch ein Seil nach oben gefunden Achso ja gut Alter wie weit bist du denn noch weg? Meine Jüde Ne wo bist du? Hier? Ah da bist du Oder kommen wir von hier nähe oder? Hast du jetzt halt nach unten oder nach oben? Nach oben Nach oben leider Ne ich glaub das haben wir nicht hergekommen Jo ok einfach mal nach oben Da hinten brennt irgendwas Das sieht doch schon mal schön aus Ah ne Fackel ist gut Da ist nichts Da ist nichts ganz Was da ist nichts da vorne? Ne da hinten ist auch nichts Hä? Doch man kann doch hier Kann man hier tauchen? Ja man kann hier tauchen Ich bin da nicht reingekommen Warte ich schon mal mein Ding ausrüsten Ach das geht ja gerade nicht im Wasser Wir? Ich bin ein bisschen enttäuscht Ich dachte wir kommen jetzt in die Scheiß Ding rein Ja irgendwie Schaffen wir das ja vielleicht noch Ey hier gehts aber nicht weiter Oder? Naja gehts nicht weiter Doch Ne Hier von hier kommen wir ja Gehts hier oben irgendwo? Hä? Von hier kommen wir ja Na gut Dann würde ich mal sagen Wir gehen zu Mimes Das ich gefunden habe Komisch Für was ist das da? Vielleicht hat das nicht einfach irgendeinen Sinn Weil Alter es ist hier gerade dunkel Ja gut aber man muss ja auch Ja es ist ein Spiel wo man muss schon ein bisschen belohnt werden aber Alter ich sehe gerade gar nichts Ja gut aber es in der Höhle muss nicht alles Sinn machen ne? Das ergibt ja auch irgendwie Sinn Sinn Ich meine du brauchst nicht in der Höhle gehen und Dann denken dass du Ja klar das ist wahrscheinlich extra gemacht Engel Dass alles den Sinn ergibt Dass in jeder Ecke Hä? Wieso ist die Ecke da? Ja Da ist gar nichts Naja Aber im echten Leben ist es halt auch nicht mehr ne? Aber es stört mich ingame Ja Ingame Ich lass meine Fackel die hält jetzt schon ganz schön lange Das ist echt zart Die das eigentlich nur noch finden nochmal Ich habe es doch keine Ahnung Ich glaube Ich glaube Genau hier war das Köpflein War das denn hier irgendwo Ne, warte Kein Glau... Ah genau ich höre den Wasserfall Jetzt sind wir schon mal ein bisschen näher da Bist du noch hinter mir? Mhm Ja passt Ja passt Ich mach mal hier das da Ich bin hier auch Matt wie ist denn wir eigentlich hier runter gekommen sind wir uns halt runtergekommen? Ich glaub schon ja Ja Aber hier war es nicht Vielleicht ist es... Vielleicht ist es das seit wo wir rumgekommen sind Ne ich glaube nicht Weil... Haben wir da nicht einen Fallen? Ähm nein Hä? Oh fuck Mutant Welches? Ich höre schon Obwohl das ist kein Mutant glaub ich Doch Mutant Ach doch das was wir gekillt haben Das erste Das erste ja Molli ausrüsten und los geht's oder? Ja Hä? Wieso? Ich hab's wieder vergessen anzuzünden Es kann's doch nicht sein Surritat Weil ich muss schwach hinter dir Scheiße Nicht getroffen Wo? Oh nein 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 nicht schon wieder Der fällt mit dir runter Du musst... Bitte überlebe jetzt ich bin tot Der ist auch tot Bitte geh Seil runter Ich sterb so oft Das ist total Der lebt noch Überlebt so'n fucking Heil mich schnell Nee der ist direkt auf deine Leiche drauf Warte ich kann nicht Ich bin doch runter gefallen Der ist mit gefallen Echt? Ja der haut grad auf deine Leiche drauf Schon wieder Er ist tot Hab ihn Low 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 life Feind Medizin Ist klar Aber Vielleicht hat es Vielleicht hat es Vielleicht hat es Ist ein gutes Omen Dass wir so'n fetten gefunden haben Vielleicht geht's da irgendwie weiter Ja Ja Ich bekomme langsam Hunger Das kann's doch nicht sein Warum falle ich immer überall runter Das ist zum Kotzen Ja der hat dich halt runter geboxt Ne das war gar nicht Ich bin nach hinten gegangen Weil eben Ich bin so nach rechts Ich bin so nach rechts gegangen Ich wollte ausweichen Hey Hier ist deine bessere Hälfte Und hier ist deine Und hier ist deine Hm ja Hier geht's schon mal weiter Ich brauch noch ne Fackel Das geht so nicht Das ist krass ne Nur mit Äh Feuerzeug Schon viel besser Also hier Geh du mal vor Hier ist nichts Ja da geht's lang Hier Wo ich bin Da ist noch ein Licht Oder so oben drauf Was ist da Was ich natürlich nicht mitnehmen kann Hä Das kotzt mich schon Hä was ist das für Licht Frag mich auch grad Na ja Na ja Irgendwas was es reflektiert Ja Geh mal da vor Genau Ich seh das gar nichts Ich seh nichts Ich höre schon wieder welche Hier Ja Ja Wir haben also lang gebraucht und muss Ach der andere Genau im falschen Moment geblockt Ja Die haben gerade sich gegenseitig erwischt Ja Und ich hab dich auch erwischt Achso ich bin fast tot ne Fällt mir grad so auf wegen dem Fall vorhin Ich muss ein bisschen medic nehmen Ja Ja wäre nicht schlecht So Wollen wir die verbrennen oder Oder nicht Ich weiß nicht Ah warte ich kann die hier Feuer machen Oh sehr schön Dann ja Äh ja Aber nicht Ach so Standing Feuer kann ich machen Kannst du das da rein werfen Oder die drauf Warte ich probier's mal schon Ne geht nicht Sind hier noch mehr Ah hier sinds Seil Abbrücken nimm nichts Hier gehts nach oben Ah hier sind Äh Felder Das ist voll komisch alter Die Fackel die ich da hab ne Das ist immer noch meine erste Von vorhin noch Krass Mh Schülernkreuz Ich hab mal krass Das ist echt nicht krass Das kann ich aber nicht erkennen Ah das sind irgendwie irgendwie immer so Höhleneingänge Oh hier ist eine richtig schöne Handtasche für dich Oh geil aber ich kanns nicht mehr Zerstören Ähm Hier war mal so ein Lager oder so Das sind überall so Bänke und Tische und Na ich muss mir jetzt einmal eine verdammte Fackel machen Ich mag das nicht mehr Ja hier gehts jetzt Hier hast du auch keine andere Wahl mehr Weil Mit der Fackel kannst du ja kaum was erschlagen Äh Ah ich hab nen upgraded stick Achso So da oben ist nichts mehr Hier gehts nicht weiter Ich glaube wir müssen echt nach oben Bro Bro wir müssen echt nach oben Es geht so nicht weiter Ne Spalt ist hier keiner Mit zwei Fackeln Mit zwei Fackeln Mit zwei Fackeln Das sieht mir ja richtig was Ja Und da gehts auch Es ist ja Da oben ist schon wieder Himmel Da kommen wir wieder raus Schade Ah ok Ja Außer wir kommen vielleicht irgendwie wieder bei der So bei der Hälfte oder so wieder raus Weißt du wo ich mein So stufenweise In der riesen Höhle Oh ich muss mal was essen Von unten guckst du hoch Ist das Loch voll nah Und dann gehst du hoch ist das Loch ewig zweit weg Ne ich glaube wir sind ganz normal draußen Ja Schade Ja ich seh da auch Bäume schon bei so nem Schlitz Seil geht einfach durch die Steine durch Ja im Wald Hm schön dunkel ist das hier Boah Wo ploppen da Moment Waren wir hier in der Nähe nicht schonmal? Ich guck gerade Bestimmt waren wir hier schonmal Ich guck Ich musste immer so in Richtung Meer gehen Und dann Äh Ah da unten sind welche Ne das kommt mir jetzt so Eigentlich nicht bekannt vor So Ne Doch ne Ah die kommen hoch Ja ich sehs gerade Ich muss ein Energy Ding nehmen Und irgendwas futtern muss ich Ich nehm mal nen Snack Weil Snacks mit mir sowieso so viele Ach ich hab ich so was essen Ja Da kann ich auch mal was essen Da kann ich auch mal was essen Hallo du da Wow 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 Alter Holy fuck Oh shit das sind halt viele man Ja Ja Ich kann fritzig's wenigstens mal ein Feuer zu machen dann Hör dir Toll genau Ich hör genau dann auf wenn Zu blocken wenn er schlägt Erkenn ich nur Oh gut zack jetzt hörts aber auf Ich hab fast keine Ausdauer mehr Ich hab mir so nen Ausdauer Ding genommen Ich hab mir gleichzeitig draufschlagen Aber hier war ich noch nicht Oh Bären Sehr schön Bei mir sind die giftig Bei mir sind die gel Äh weiß Na ja Wollen wir hier schnell ein Feuer machen und Ja Das war ja so ein Basis Ding Gut Moment Ah das sind noch welche Holy crap Die Ränder aber weg Ja die bringen uns ne Knochen vor Ja Die dachten oh schau mal die haben keine Rüstung mehr Die brauchen unbedingt Rüstung wieder Ja Ach ne jetzt hab ich diesen Klapp Alle Ah das bringt das viele Knochen Ich glaube ja Voll den auf Ey so viel haben wir nie gehabt oder Hast du noch eine? Oh schade Die Beine haben wir noch oben geschaut Ah das hier ist nochmal Ah das sind natürlich giftige Bären Nein wir sind sie blau Was zum Teufel Die sind auch nochmal blau Aber ich kann meinen Beutel nicht füllen Warte ich kann meinen Beutel nochmal füllen Equip Wenn ich schon mal hier bin Ja sieht gut aus Füllen Füllen Das ist ein Stein gewesen Schade Dort sind nochmal blaue Sehr schön alter Richtig schön viel blaue man Füllen Füllen Nicht essen Ich hab gesagt füllen Was soll denn das? Füllen Füllen Ja beschäftige dich nur mit den Bären Ich hole mir die Knochen Hehehehe Oh ich kann keine Knochen mehr Wolle alles tun Zwei bräuchte ich noch Ach die liegen noch gar nicht im Feuer das war halt also unübersichtlich wenn das so viele waren ich könnte es mein topf drauf fahren das mache ich doch gleich mal wie viel wie flau es hier einfach sind also noch mal bären die sind gerade die spawnen interessant die die spawnen auch interessant drei knochen brauche ich dann noch fleisch was hier liegt wir werden schon wieder angegriffen sie sich den scheiß ernst jetzt wir wollen uns wirklich rüstung nicht wundervollen ich brauche deine knochen hallo kann ich nicht aufnehmen ich auch nicht was ist das was was ist das fleisch oder was was ich hier sehe ich nur hey stimmt hier ist fleisch imall genauer collected haben wir aus versehen den team gebracht ja das ist voll viel fleisch die eingeborenen da fleisch dabei haben aber nicht dass das menschenfleisch ist naja glaub ich nicht hier liegen wir mal so pilze die sehen gut aus ja die sind auch gut nein die waren nicht gut ach verdammt ähm wie lang noch ein jetzt müssten wir eigentlich langsam zum ende kommen ja da sind wir schon wieder über oben drüber ja warte ich mag noch die knochen noch schnell du verlierst die ganze Zeit lösch so rüstung bin ich eigentlich ganz gut bedient drei bräuchte ich noch theoretisch hast du noch drei bräuchte noch zwei ja gut dann machen wir das wieder wunderbar auf die gute alte weise bitteschön mein freund yes beschissen was dankeschön na gut dann ähm 6 das ist meins das ist meins ich hab Hunger ok dann ähm danke fürs zuschauen und ja danke fürs zuschauen bis zur nächsten Folge tschau bis bis Vielen Dank.